ja das kommt zurück zur Leifest Räder so netzen vertreten bisschen kurios gewesen bei uns irgendwie so Sachen aufgeteilt worden sind die reichlich sehen wollten oder hören wollten und ja mussten er es war so Prozent so laufen dass sie nicht entdeckt werden das war auch schon ein bisschen schwierig wird sein nach mit dreck weiter ich weiß nicht lange auf die Vaterspanne irgendwie sind wir in in deiner irgendwie aber war die Nuno ist es unser schlauer zählen dem wir machen Numbers auf Kauern kann der Rekord ach wartet das ist es nicht müssen 0 3 1 1 nennen die Mietz hat im Spiegel sehen Und weil... Machen wir das mal an. 3 Oh. Ach ja. Das ist gerade mal voll kurios. Das ist tough. Das ist komisch. Das ist... Ich ist. Von uns. Das ist nicht wahr. Ich habe großartige Freunde. Und ich habe meine Macht für gut. Bitte, stop zu spielen inocent. Du bist ein verdammt Hypokritier. Du hast eine Reise von Todes und Schmerzen hinter dir. Das war nicht meine Schuld, du Scheiße. Ja, aber Bitch. Don't you dare talk about our mom that way. Huh. What about the crap that was your fault? Wait, wait. Let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for five years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of a devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. No way, you can break up our team. This is reality. After five years are still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Warte, können wir hier irgendwie noch Fotos machen? Es sind noch einige Sachen, die wir fotografieren müssen. Hm. Und einige Dinge, die wir zusammen erlebt haben. Ich würde sagen, dass das jetzt fast zu Ende ist. Ist er hier lucky? Ja. Gerade nicht wo lang wir müssen. Sie sind im Weg ja hier gerade nicht. Es ist gerade viel mit Stonker hier. Es ist wunderschön. Ich bin wieder mit dir. Ich weiß. Ich bin glücklich, dass wir sind. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist... Oh, eine fantastische Bildung. Wir sehen uns so schlecht in unseren Piraten. Chloe! Du bist zurück! Ich bin nur... Kate war nicht die erste. Alle diese Binders sind mit anderen Begründen. Viktoria muss sein. Wir sind jetzt am Leuchtturm. Wo wir... festgehalten worden sind. Max! 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 Kannst du mich hören? Bitte sag mal etwas. Chloe? Ich... Ich muss mich überrascht. Sorry. Oh, danke Gott. Nicht immer wieder so machen. Okay? Ich versuche... Aber das Geheimnis war so real. Es war so horrible. Ich versuche... Ich versuche... Ich versuche... Ich versuche... Ich versuche... Echt gerade... Heftig. Oh, jetzt war es das gleiche. Das ist, glaube ich, zu Ende schon. Leider. Max, das ist der einzige Weg. Ich fühle mich, dass ich den Schrauben ein Tausend Jahre alt bin. Du... Du kannst diese Fotos nutzen, um alles zurückzunehmen, nachdem du das Bild hast. Alles, was es dauern würde, ist für mich zu... ... zu... Scheiße, das. Nein, keine Chance. Du bist mein Nr. 1. Priorität hier. Du bist alles, was mir wichtig ist. Ich weiß. Du sprachst das wiederum und wiederum. Selbst wenn ich es nicht verdiene. Ich bin so selbst. Nicht wie meine Mutter. Ich bin so selbst. Schau mal, was sie hatte, um zu leben und leben. Und sie hat. Sie hat so viel mehr, als zu sterben, in einem verdammten Diner. Ich war so gut. Mein Be attractive ist. Ich vermute sie sein. Es gibt so viele mehr Menschen in Arcadia Bay, die aufzunehmen müssen. So viel mehr als ich. Keine. Das nicht, ich will dich nicht vergleichen. Kannst du mich nicht vergleichen. Vielleicht du hast gerade mal in meinem Real Selbstständen. Ich weiß, dass ich selbst bin, aber für einmal. Ich denke, dass ich meine Fähigkeit akzeptieren sollte. Unsere Fähigkeit. Oh, oui. Max, du kam mir endlich zurück. Und du hast nichts getan, aber du hast mir deine Liebe und Freundschaft. Du hast mich lieb. Du hast mich lieb und lacht. Du hast mich lieb und lacht, wie ich in Jahren nicht getan habe. Du hast mich lieb. 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 Und sie werden immer uns. Du hast mich lieb. Du hast mich lieb. Ich weiß, dass du die richtige Entscheidung machst. Chloe. Ich kann nicht das Glück machen. Nein, Max. Du bist die einzige, die kann. Ich kann nicht. Ich weiß, dass du die richtig ärgernst. Du hast mich lieb. Ich kann nicht. Ich kann nicht, dass du die recht tonight standen. Das redest du gerade nicht. Werde Entscheidung. Was wir wählen. Eine Person retten oder alle. Komm. Ich weiß nicht, Max, aber wir müssen. Wir müssen alle, okay? Und du hast die Leute bezahlen, was sie mit Rachel gemacht haben. Wir sind zusammen diese Woche, das war das beste Geheimnis, die ich für mich konnte. Du bist mein Hero, Max. Das ist echt hart. Jetzt haben wir das letzte Foto, was wir besitzen, benutzen. Diese Entscheidung ist mir selber nicht leicht gefallen. Ich glaube, es ist echt schön. Es ist cool, Nathan. Kein Stress. Du bist okay, bro. Just count to three. Don't be scared. Du own this school. Wenn ich es möchte, kann ich es aufbauen. Du bist der Boss. Also, was du willst? Ich hoffe, du hast den Perimeter, wie mein Step-Ass sagt. Jetzt, reden wir mit Business. Ich habe nichts für dich. Ich habe nichts für dich. Du wirst nicht wissen, wer ich bin oder wer du bist. Wo hast du das gemacht? Was machst du? Komm schon, schau dir das Ding! Keine Ahnung, was ich machen! Ich bin so schwer, die Leute versuchen, mich zu kontrollieren! Du wirst in hell mehr Probleme für das, als die Drogen. Keine Ahnung, wirst du niemals missen, was sie? Geh die Scheine von mir, Psycho! Oh, das ist gerade richtig hart. Ich bin selber gerade etwas sprachlos. Geh die Scheine von mir. incumbens tieren. Neues. Geh die Scheine von mir. Ich bin selber. Ich bin selber. Ich bin selber. Ich bin selber. Du wirst erstes Leben. Ein Stjarer und Kind. Stjarer und auch super. Es sind die ganzen Sachen mit Chloe nicht passiert. Ich würde sagen, es ist doch das Ende angekommen. Auch wenn es traurig ist. Ich könnte es auch so hinkriegen, dass ihr auch das andere Ende sehen wollt. Das könnt ihr ja in die Kommentare auf jeden Fall schreiben. Wir tragen auch das Rehkettchen. Das ist auch irgendwie so eine Bedeutung, die ich bis jetzt noch nicht so richtig rausgefunden habe. Das war's. Die meisten kennen ja Chloe nicht, aber kommt trotzdem zur Beerdigung. Wir haben Chloe erst viel, viel später genannt. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, die Folge geht jetzt halt mal was länger, aber es ist halt das Ende, so würde ich sagen. Und das ist halt auch der Fischmitte liegen. Untertitelung. BR 2018 Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Life is Strange durch. Ich hoffe, es hat euch so gefallen wie mir. Und gerade das Ende hat einem richtig wehgetan. Zusammen das Herz bluten gelassen, weil es richtig hart war, das zu sehen, für mich selber. Mir kamen sogar ein paar Tränchen, ja. Weil ich das Ende gar nicht kannte, überhaupt nicht. Ich kenne nur das andere Ende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das andere Ende sehen möchtet. Dann nehme ich das auch auf jeden Fall gerne auf für euch. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt so gefallen wie mir. Und würde dann sagen, ich schalte da auf jeden Fall bei meinen anderen Projekten vorbei. Oder dann, wenn ich das andere Ende aufnehme, dann beim anderen Ende vorbeischauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt von mir. Im Moment habe ich dann noch Style Ready laufen. Ich hoffe, es hat euch total gefallen, das Spiel mal zu sehen. Ich würde sagen, ciao.